Nachdenkseiten Die kritische Website Starke Mieterhöhungen in deutschen Großstädten Hintergründe Woher kommen die hohen Mieten? Ein Artikel von Christian Kreis Am 25. Juli 2023 veröffentlichte der US-amerikanische Immobilienspezialist JLL Aktuelle Zahlen zur Mietpreisentwicklung in den acht deutschen Metropolen Die Zahlen wurden von praktisch allen deutschen Leitmedien aufgegriffen ZDF berichtete darüber unter dem Titel Studie, Mieten in Großstädten stark gestiegen Bei Zeit Online war zu lesen Angebotsmieten haben sich im ersten Halbjahr erneut verteuert Und ProSieben titelte Mietpreise in deutschen Großstädten explodieren Kein Ende in Sicht Starke Mieterhöhungen Gemäß der Studie haben sich die Mieten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart Im ersten Halbjahr 2023 im Durchschnitt um 6,7 Prozent Gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 erhöht Im ersten Halbjahr 2022 hatte der Preisanstieg nur 3,7 Prozent betragen Der Mietpreisanstieg hat sich also deutlich beschleunigt Am stärksten waren die Mieterhöhungen in Berlin mit 16,7 Prozent Gefolgt von Leipzig mit 11,1 Prozent Während die Mieten in Stuttgart um 1,3 Prozent gesunken sind Gegenüber 2018 haben sich demnach die Mieten in Berlin um 50 Prozent erhöht In Leipzig um 29 Prozent, Köln 28 Prozent, Hamburg um 21 Prozent, Düsseldorf 17 Prozent, München 16 Prozent, Frankfurt 11 Prozent Und in Stuttgart um 7 Prozent Im gleichen Zeitraum vom ersten Quartal 2018 bis zum ersten Quartal 2023 Hat sich das nominale Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um 21,7 Prozent erhöht Die Nominallöhne sind um 14 Prozent gestiegen Die Reallöhne um 4,8 Prozent gesunken Für die meisten Bundesbürger in den Metropolregionen ist Mietwohnen in den letzten fünf Jahren also deutlich teurer geworden Als Hauptgrund für die sich beschleunigende Mietinflation nennt JLL eine enorme Angebotsknappheit in den großen Städten Die sich durch den stockenden Wohnungsbau noch verstärken wird Da das Ziel der Bundesregierung, pro Jahr 400.000 Wohnungen fertigstellen zu lassen, nicht realisierbar sei Im Gegenteil weise die deutlich sinkende Zahl an Baugenehmigungen darauf hin, dass man dieses Ziel auf längere Zeit nicht erreichen werde Ein Ende der Mietanstiege ist daher nicht in Sicht, so JLL Woher kommen die hohen Mietbelastungen für die Haushalte? Worauf der große börsennotierte US-Konzern naheliegenderweise nicht hinweist, ist Warum die Mieten, ganz unabhängig von den derzeitigen Mietsteigerungen, ein so hohes Niveau haben Laut Statistischem Bundesamt gaben die etwa 20 Millionen Hauptmieterhaushalte 2022 In Deutschland durchschnittlich 27,8 Prozent ihres Haushaltsnettoeinkommens für die Kaltmiete aus Also mehr als ein Viertel ihres monatlich verfügbaren Geldes wird für Wohnen ausgegeben Dazu kommen dann noch die Ausgaben für Heizung, warmes Wasser und Strom Rund 1,5 Millionen Haushalte hatten eine Mietbelastung von über 50 Prozent Weitere 1,6 Millionen Haushalte eine Mietbelastung von 40 bis 50 Prozent Also etwa jeder sechste Mieterhaushalt hat eine Zahlungslast von über 40 Prozent In Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern war die Mietlast mit 28,9 Prozent höher als in mittleren oder kleinen Städten Warum ist der Anteil der Mieten in den Haushaltsausgaben so hoch? Warum zahlen 20 Millionen Mieterhaushalte, also knapp die Hälfte aller 40,9 Millionen Haushalte in Deutschland Mehr als ein Viertel ihres monatlich verfügbaren Geldes nur für die Kaltmiete? Die Beantwortung dieser Frage kann man sich gut anhand des Beispieles Vonovia ausrechnen Beispiel Vonovia Vonovia ist das größte deutsche Immobilienunternehmen, das Wohnungen vermietet Es bewirtschaftet derzeit mit knapp 16.000 Beschäftigten 488.000 Wohnungen in Deutschland Die durchschnittliche Monatsmiete lag 2022 bei 7,49 Euro Cent pro Quadratmeter Das waren 3,3 Prozent mehr als im Jahr 2021 Die Umsatzerlöse aus Vermietung beliefen sich 2020 auf 3,07 Milliarden Euro 2021 auf 3,465 Milliarden Euro 2022 waren es 4,725 Milliarden Die Mieteinnahmen stellen den Großteil der liquiditätswirksamen regulären Konzerneinnahmen dar Letztlich kommt langfristig betrachtet der größte Teil aller liquiditätswirksamen Umsätze und Gewinne von Vonovia aus Mietzahlungen Für das Jahr 2020 wurden 954 Millionen Euro Dividende ausgeschüttet Für das Jahr 2021 1.289 Millionen und für 2022 676 Millionen Euro Setzt man die Dividendenauszahlungen ins Verhältnis zu den Mieteinnahmen So stellt sich heraus, dass sie für 2020 31 Prozent der Mieteinnahmen betrugen 2021 37,2 Prozent und 2022 14,3 Prozent 2020 wurden also 31 Prozent der Mieteinnahmen an die Aktionäre ausgeschüttet Im Jahr 2021 37,2 Prozent und im Jahr darauf 14,3 Prozent Die zum großen Teil internationalen Aktionäre wissen im Normalfall nicht, wo die Wohnungen sind, aus denen sie die Dividende beziehen Angenommen, Vonovia wäre nicht eine börsennotierte Aktiengesellschaft, sondern eine Wohnungsgenossenschaft ohne Gewinnerzielungsabsicht und ohne Dividenden auszuzahlen So hätten die Mieten der Vonovia Miethaushalte 2020 um 31 Prozent niedriger sein können 2021 hätten die Mieten um 37 Prozent und 2022 um 13 Prozent niedriger sein können Über die drei betrachteten Jahre hin also hätten die Mieten beim Wegfall der Dividendenauszahlungen im Durchschnitt um mehr als ein Viertel, also 7,5 Prozent, gesenkt werden können Die Mieten hätten bei 5,44 Euro pro Quadratmeter liegen können, statt bei 7,50 Euro Anders ausgedrückt Die Mieter leiteten im Durchschnitt dieser drei Jahre mehr als ein Viertel, also 27,5 Prozent ihrer Mietzahlungen direkt an die Aktionäre weiter Die dafür nicht arbeiten müssen Die auch nicht wissen, wo die Wohnungen genau sind Und auch nicht wissen, wer darin wohnt Weil Dividendenzahlungen automatisch leistung- und wissenslos überwiesen werden Die Mieter zahlten also beispielsweise statt einer Monatsmiete von 650 Euro 900 Euro, damit die Aktionäre ihren Anteil abbekommen Dies sind alles Zahlen ohne Berücksichtigung von Steuern Berücksichtigt man einen Gewinnsteuersatz von 30 Prozent Heißt das, dass von den Mietern noch deutlich mehr Miete bezahlt werden muss, um die Dividende zu ermöglichen Um einen Euro Dividende nach Steuern zu ermöglichen, müssen 1,4 Euro Gewinn vor Steuern erzielt werden Das bedeutet, dass die Mieter in Wirklichkeit einen noch deutlich höheren Aufschlag für die Ermöglichung der Dividenden an die Großaktionäre bezahlen mussten Wenn die Wohnungen von Vonovia in der Hand einer Genossenschaft ohne Gewinnerzielungsabsicht wären, könnten demnach die Mieten sofort um etwa 40 Prozent gesenkt werden Kurz, die Mieter zahlen einen erheblichen Aufschlag nur, um die Dividenden zu ermöglichen Statt einer Monatsmiete von 900 Euro wären vermutlich deutlich unter 600 Euro Miete möglich, wenn man den Transfer von den Mietern zu den Aktionären beenden würde Nun könnte man die Frage stellen, warum müssen die Mieter einen derart hohen Aufschlag an die Großaktionäre zahlen Die Bewohner der Vonovia-Wohnungen sind im Durchschnitt Menschen mit wenig Vermögen und vergleichsweise niedrigem Einkommen Die Aktionäre von Vonovia im Normalfall sehr vermögend und sehr einkommensstark Warum findet hier tagtäglich für das Grundlebensbedürfnis Wohnen ein Transfer von den Armen zu den Reichen statt? Warum wird hier täglich ein Tribut, eine Abgabe entrichtet von den einkommensschwachen Mietern zu den einkommensstarken Vermieteraktionären? Denkt man diese Frage zu Ende, so ergibt sich als Ergebnis Wir haben in Deutschland und in den meisten anderen Ländern gar kein Mietproblem, sondern ein Problem des Boden- und Immobilieneigentums Dadurch, dass Boden und Immobilien sehr ungleich verteilt sind, ergibt sich der oben berechnete Mietaufschlag von über 40 Prozent Denn dieses Tributsystem gilt nicht nur für Vonovia, es gilt grundsätzlich für alle Mietverhältnisse Allerdings sind bei Weitem nicht alle Vermieter so renditegierig wie börsennotierte Unternehmen Vonovia muss aus den Mietern rausholen, was geht, sonst sinkt der Aktienkurs in den Keller Dann wird der Vorstand durch die Großaktionäre ausgewechselt gegen einen, der mehr aus den Mietern herausholen kann Das sind die Börsengesetze Die Gretchenfrage Die Bodenrenten Diese Fragen führen uns zu einem Grundproblem des deutschen und internationalen Immobilienmarktes Ein großer Teil der Mieten stellt sogenannte Rentenzahlungen dar Bodenrenten sind leistungslose Einkünfte, die sich aus den Vorteilen des Standortes bei Lage, Nutzungsintensität und Qualität ergeben So schreiben es Bodenspezialisten wie Dirk Löhr und andere im Jahr 2021 Bei Bonovia heißt das konkret Nachdem alle Arbeiten, alle Leistungen erbracht sind, Reparaturen, Wartungen und so weiter Und alle Zinsen für die Kredite bezahlt sind, bleibt ein Nettogewinn übrig, der nichts mehr mit Leistung oder Arbeit zu tun hat Sondern der leistungslos dadurch entsteht, dass man im Grundbuch steht und die Hand aufhalten kann Andere zur Zahlung zwingen kann, weil die anderen Menschen einfach Boden brauchen, um leben zu können In Deutschland beliefen sich die Bodenerträge 2017 auf etwa 400 Milliarden Euro, die zum großen Teil Bodenrenten darstellen Das ist erheblich mehr als der damalige Bundeshaushalt von etwa 330 Milliarden Euro Es geht hier also nicht um irgendwelche Peanuts, sondern um mächtige Geldtransfers von sehr vielen Ärmeren an sehr wenige sehr wohlhabende Menschen, die dafür gezahlt werden, dass jemand im Grundbuch steht oder Aktien von Wohnungsgesellschaften hält, ohne irgendetwas dafür zu arbeiten oder zu leisten Letztlich findet hier ein perfekter, geräuschlos funktionierender Transfer von Arbeit nach Reich von vielen zu sehr wenigen statt Denn sowohl der Aktienbesitz wie der Besitz von Grund und Boden ist äußerst ungleich verteilt und sehr stark konzentriert bei einer recht kleinen Gruppe von sehr wohlhabenden Menschen Monopoly im Alltagsleben Da man für alles und jedes Grund und Boden braucht zum Wohnen, Arbeiten, für Freizeit, Fortbewegung, Essen gehen, Einkaufen und so weiter sind die Bodenrenten in Form von Mieten und Pachten garantiert Sie stellen eine Knappheitsrente dar, für die man nichts tun muss außer im Grundbuch zu stehen Es ist wie beim Monopoly-Spiel Fast egal, auf welches Feld man kommt, man muss dafür zahlen Wenn man selber keine Straßen und Häuser hat wie das bei der Mehrheit der Menschen in Deutschland der Fall ist zahlt man alles an die anderen Hat man ein wenig Grundbesitz, bekommt man auch ein wenig Einnahmen ab Hat man viele Straßen und viele Häuser bzw. Hotels darauf, dann verdient man so richtig viel Und diejenigen, die viele Immobilien haben, bekommen durch die Zahlungen der anderen immer noch mehr dazu Und so ist es auch im wirklichen Leben, wie beispielsweise Zahlen aus den USA zeigen wo sich der Bodenbesitz in den letzten 10 Jahren immer stärker bei den größten 100 Landeigentümern konzentriert hat Letztlich liegt der Grund für die permanent steigenden Bodenpreise und damit auch für die ständig steigenden Mieten darin dass Boden ein nicht vermehrbares und superiores Gut ist Also ein Gut, das man bei steigendem Einkommen vermehrt nachfrägt Bei offiziellem Wirtschaftswachstum steigt daher der Bodenpreis von ganz allein und automatisch stärker als die Wachstumsrate des nominalen Sozialproduktes Ohne dass man irgendetwas dafür tun muss Die Zahlungen für Bodenrenten fließen nicht nur durch die Mieter sondern auch durch jeden Produkt- und Dienstleistungskauf So sind beispielsweise in jedem Produkt, das wir kaufen, Bodenrenten in Form von Mieten oder Pachten als Teil des Kaufpreises enthalten Bei jedem Produkt, das wir kaufen, zahlen wir die Bodenbenutzung die für seine Erstellung nötig ist, mit ob wir es wissen oder nicht und ob wir es wollen oder nicht Also auch die Familien, die in ihren eigenen vier Wänden wohnen und keine Miete überweisen zahlen tagtäglich Bodenrenten an die Bodeneigentümer John Maynard Keynes über funktionslose Investoren Die geschilderten Leistungslosen oder Rentier-Einkommen kritisierte schon 1936 der berühmte Volkswirt John Maynard Keynes in seiner bahnbrechenden General Theory scharf Er sieht in dem Rentier-Kapitalismus keinen Sinn und bezeichnet Investoren, die Renteneinkommen beziehen als funktionslose Investoren Functionless Investors, also sinnlose Investoren die keinen Beitrag zum Wohlergehen in der Ökonomie leisten Er spricht dabei explizit von solchen Eigentümern die Bodenrenten in Form von Mieten oder Pachten erhalten Solche funktionslosen Investoren müssten laut Keynes verschwinden weil sie keinen ökonomischen Zweck erfüllen und dürften nicht länger einen Bonus erhalten Genau das aber tun letztlich die großen Aktionäre von Vonovia und von allen anderen börsennotierten Aktienunternehmen sowie die großen Immobilieneigentümer Sie bekommen zu Lasten der Mieter permanent leistungslose Renteneinkommen selbst ihre Urenkel Wollen wir das? Ist das fair? Der Präsident des Deutschen Mieterbundes Lukas Siebenkotten sagte im Mai 2022 Am Ende zahlen alles die Mieterinnen und Mieter Das ist das Geschäftsmodell von Vonovia und Co Das Geschäftsmodell börsennotierter Wohnungskonzerne sei unsozial und spekulativ Das trifft den Nagel auf den Kopf Dieses Geschäftsmodell ist asozial und unmoralisch Es ist ein Tributsystem, das dafür sorgt dass die ärmere Hälfte der Bevölkerung an die reichsten 10% insbesondere an das obere 1% ständig leistungslose Einkommen schaufelt Letztlich liegt hier eine strukturelle Übervorteilung der weniger wohlhabenden Menschen vor zugunsten einer kleinen, sehr wohlhabenden Oberschicht die dieses System durch geschickte und gut bezahlte Lobbyarbeit politisch und durch starken Kapitalfluss auf die großen Medienhäuser auch medial zu stabilisieren weiß Ein Lösungsvorschlag Wenn wir unser Mietproblem lösen wollen sollten wir daher an die Frage der Bodenverteilung gehen Man könnte beispielsweise ganz einfach eine progressive Bodenabgabe einführen Bis 3 Millionen Euro Marktwert an Grund- und Immobilienbesitz pro natürlicher Person keine Abgabe Bis 10 Millionen 1% Abgabe pro Jahr Bis 30 Millionen 2% Bis 50 Millionen 3% Ab 50 Millionen 4% pro Jahr Eine ähnliche progressive Abgabe könnte man für Unternehmen einführen die nicht betriebsnotwendiges Immobilienvermögen vermieten Diese Einkünfte könnte man für Transfers an die Mieter und für Neubauten von Wohnungen verwenden Dadurch würden die Mieten erheblich und dauerhaft gesenkt werden Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte